So sieht das Cockpit des Airbus A310 von innen aus. Und nein, ich sitze nicht in diesem Cockpit und mache davon ein Video. Das hier ist durch die Linse der Pimix Crystal aufgenommen worden. Wow! Es sieht so unglaublich scharf aus. Es ist der Wahnsinn, wie weit wir inzwischen schon mit VR gekommen sind. Das sollte alle von euch interessieren, die die Pimix Crystal Lite kaufen wollen. Denn wenn das Gerät bei euch ankommt, wird das ganz genau so gut aussehen. Denn die Pimix Crystal Lite hat genau dieselben Displays wie die Pimix Crystal und auch dieselben Linsen. Also das könnt ihr erwarten und darauf könnt ihr euch freuen. Und es ist schon wirklich toll zu sehen, dass diese Art von High-End VR jetzt nicht mehr nur im hochpreisigen Segment zu finden ist. Denn die Pimix Crystal Lite stand ja bei 699 Euro. Und das ist wirklich mal ein unglaublich tolles Angebot. Ja, was macht das Bild denn so gut? Klar, die Displays sind 2088 mal 2880 Pixel pro Auge. Also eine sehr hohe Auflösung. Höher als bei Reverb G2, als bei Valve Index und natürlich auch als bei der Quest 3. Und wir haben auch noch eine bessere Display-Technologie, nämlich Cool-Led. Und dementsprechend sind die Farben auch schöner. Ich benutze hier die Version mit Mini-LED Backlight, also die Version mit Local Dimming. Wenn ihr es genauso haben wollt, dann solltet ihr euch die Pimix Crystal Lite mit Local Dimming bestellen. Ich mache aber noch für euch ein Vergleichsvideo auch durch die Linse mit Local Dimming und einmal ohne, damit ihr euch da besser entscheiden könnt. Zum optischen Eindruck gehört nicht nur das Display, sondern auch die Linse. Und da haben wir ja bei der Pimix Crystal und bei der Pimix Crystal Lite jeweils asphärische Glaslinsen. Klare asphärische Glaslinsen ohne Glare, einfach für dieses kristallklare Bild. Deswegen sieht das hier durch die Linse so toll aus. Und ich kann euch sagen, es sieht sogar noch besser aus, wenn man die Brille trägt, denn da hat man natürlich den 3D-Effekt, klar, wegen beiden Augen. Und man kann sich die Brille so einstellen, dass man im Sweetspot drin ist. Hier mit der Kamera ist es nicht so einfach, deswegen sieht es ab und zu mal am Rand nicht so scharf aus. Aber mit der Brille kann man genau in den richtigen Sweetspot reingehen und die Brille bleibt dann auch sehr schön da drin, wegen dem guten Headstrap. Dementsprechend stellt euch das Bild so gut vor wie hier im schärfsten Punkt des Sehens, aber in 3D und dementsprechend einfach nur ein fantastisches Bild. Also die asphärischen Linsen sind wirklich top. Aber es gibt nicht nur Positives zu berichten über diese asphärischen Linsen, denn sie haben einen gewissen Verzerrungssweetspot, so habe ich es genannt. Denn wenn man nicht in diesem Sweetspot drin ist, dann gibt es schon geometrische Verformungen, diese Verzerrungen und dementsprechend muss man da den perfekten Sweetspot erstmal finden. Aber das geht wirklich gut und dann bleibt man auch in diesem Sweetspot drin. Eine weitere Imperfektion der Linsen sind die sogenannten chromatischen Aberrationen. Das sind so regenbogenartige Farbverschiebungen, die man am Rand der Linse erkennen kann, an klaren Kanten. Und die sieht man hier auch in dem Durch die Linse Video sogar noch besser als wenn man das Gerät auf hat, denn normalerweise schaut man nicht so ganz an den Rand dran. Aber man kann sie schon gut hier jedenfalls in dem Durch die Linse Video erkennen. Und das wollte ich hier auch noch mal erwähnen. Das Bild ist so scharf, dass man kann sich gar nicht vorstellen, dass es noch irgendwie schärfer gehen könnte. Es geht ja schon wirklich hier an den Fotorealismus dran. Aber es gibt immer noch schärfer, nämlich mit höheren Auflösungen. Ich habe ja schon mal die Vario XR4 getestet. Die hat 4k pro Augen Auflösung. Und ja, es geht auch noch mal schärfer. Aber da kommt man dann zu den sogenannten Diminishing Returns. Das heißt, ja, es sieht zwar schon ein bisschen schärfer noch aus, aber nicht ein paar tausend Euro schärfer, wie die XR4 kostet. Insofern, das ist hier wirklich ein unglaublich toller Preis. Das ist 699 Dollar in den Staaten. Bei uns dann ungefähr 780 Euro für die Version ohne Local Dimming. Und die Version mit Local Dimming gibt es dann ab 799 Dollar oder 899 Dollar, wenn ihr die Controller braucht. Kann ich euch wirklich empfehlen. Local Dimming ist nochmal ein schönes Upgrade, was einfach nochmal die Schwarzwerte viel viel tiefer wirken lässt. Und ja, auch in solchen Szenen hier hat man ja auch schwarz, obwohl man jetzt nicht ein Horrorspiel spielt. Also ich mag dieses Local Dimming schon sehr. Meiner Meinung nach ist die Pimix Crystal Light das perfekte Nachfolge-Headset für die Reverb G2. Die kann man ja demnächst nicht mehr benutzen, wenn man seine Windows-Installation jeweils updatet. Denn Windows Mixed Reality gibt es dann leider nicht mehr. Aber auch ein perfektes Upgrade für eure Vive Index, wenn ihr da Nachfolger sucht oder sogar auch für eure Vive Pro 2 oder Vive Pro 1. Denn das hier sieht einfach so viel besser aus. Das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Und ihr werdet in eurem Flugsimulator einfach so viel mehr Spaß haben als vorher. Und vom Preis her geht es jetzt auch unter 1000 Euro inklusive Steuern. Das ist echt ein Wahnsinnsangebot. Ist alles perfekt an der Pimix Crystal Light? Nein, sie ist immer noch ein ziemlich großes Headset. Und wenn ihr da auf den Formfaktor achtet, würde ich sagen, schaut euch lieber die Big Screen Beyond an. Die ist halt wesentlich kleiner, kann dafür aber nicht so ein gutes Bild liefern wie die Pimix Crystal. Und ihr seht hier durch die Linse, es sieht einfach nur fantastisch aus. Ich weiß nicht, wie häufig ich das noch sagen soll, aber ja, es ist einfach so. Es sieht einfach total gut aus und im Headset halt nochmal besser als das, was ihr hier jetzt seht. Also einfach nur genial. Und nochmal, warum kann ich euch hier ein durch die Linse Video der Pimix Crystal zeigen und in Wirklichkeit über die Pimix Crystal Light reden? Dasselbe Panel für die 799 Dollar Version mit Local Dimming und auch dieselben Linsen. Wenn ihr euch die Version ohne Local Dimming holt, dann ist das ein anderes Panel, auch dieselbe Auflösung, aber eben ohne diese Mini-LED Hintergrundbeleuchtung und dementsprechend halt ohne Local Dimming. Ansonsten gibt es bei der Crystal Light auch keinen Standalone-Modus mehr, was gut ist. Braucht ihr eh keiner und auch keinen Batteriezwang. Das heißt, jetzt schließt ihr einfach eure Pimix Crystal Light direkt an euren Computer an. Ihr müsst euch um keine Akkus kümmern und das ist natürlich wirklich viel, viel besser als bei der Pimix Crystal. Ja, und jetzt lasst uns noch ein bisschen hier die durch die Linse Videos hier genießen. Das Glär, was ihr jetzt hier seht, das kommt nur durch mein Studiolicht. Das ist meine Deckenbeleuchtung hier im MRTV Hauptquartier. Das sieht man natürlich nicht, wenn man die Brille auffahrt. Ansonsten alles super scharf. Nicht nur das, was in der Nähe ist, sondern auch das, was in der Ferne ist. Das ist wichtig für Simracer, aber auch für Flightzimmer. Natürlich ist es schön, wenn man weiter in die Ferne sehen kann. Ja, und schaut mal, hier schauen wir mal ein bisschen in die Ferne. Wow, meiner Meinung nach echt ein Must-Have für Flugsimmer. Diese bessere Schärfe im Vergleich zu Reverb G2 oder Index oder was auch immer ihr benutzt, das ist schon richtig, richtig gut. Was sind die Alternativen zur Crystal Light, wenn ihr euch für Flugsimulatoren interessiert? Momentan gibt es da gar nicht so viel. Wie schon erwähnt, die Big Stream Beyond, die kostet in Deutschland 1.369 Euro. Und man braucht noch die Basisstation und extra Controller, nochmal 600 Euro obendrauf. Oder natürlich eine Quest 3. Immer noch ein tolles Headset, aber sieht definitiv nicht so gut aus wie die Pimax Crystal Light bzw. die Original Pimax Crystal. Dann könntet ihr auf die Somnium VR 1 warten. Da wissen wir noch nicht, wie teuer die ist. Die Basisversion wird 1.899 Euro kosten ohne Steuern, also so um die 2.000 Euro. Und ja, die hat dasselbe Panel, soll aber noch ein größeres FOV haben. Das mögen wir natürlich. Die Frage ist nur, wie es aussieht dann mit der Klarheit. Dieselben Pixel über ein größeres FOV verteilt, heißt normalerweise ja, dass man da nicht mehr diese Schärfe hat, wie hier, die wir jetzt sehen. Aber ich bin definitiv gespannt drauf, wie es aussieht und werde euch davon berichten, sobald ich da mal durchgeschaut habe. Die Pimax Crystal Light kann man sich jetzt vorbestellen und wenn ihr euch aufgrund meiner Videos für dieses Headset oder für ein anderes Headset entscheidet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link benutzt. Das hilft dem Kanal und ich kann dann deswegen auch weiterhin solche Durch-die-Linse-Videos machen, damit ihr eine bessere Kaufentscheidung treffen könnt. Yo, und das war's für dieses Video. Ich bin wirklich mal sehr auf eure Meinung gespannt. Holt ihr euch die Crystal Light oder wartet ihr auf ein anderes Headset? Und wenn ja, welches, schreibt es mal unten in den Kommentarbereich und lasst mich auch wissen, welche Version der Crystal Light ihr euch holt, wenn ihr euch für die Crystal Light entscheidet. Es gibt ja da mehrere von. Yo, und wenn ihr diesen Kanal hier tatsächlich noch nicht abonniert haben sollt, dann tut das und klickt aufs Glockensymbol, wenn ihr euch für die virtuelle Realität interessiert. Und wisst ihr was? Ich würde mich sehr freuen, euch auf dem MRTV Discord Server zu treffen, denn da bin ich und da ist die tolle MRTV Community und da unterhalten wir uns jeden Tag über genau diese spannenden Themen. Link unten in der Beschreibung des Videos. Das war's jetzt wirklich. Lasst den Daumen nach oben da und ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Ciao. Bis denn, macht's gut.